Hallo ihr Lieben, heute sieht es zwar aus nach Epoxidharz, aber nein, wir machen heute Raisin 200. Dieses Gießmaterial hatte ich schon öfter mal, da gibt es auch schon etliche Videos zu. Ich mag das Material sehr, weil wenn man das so anfasst, hat das so einen schönen, glatten, geschmeidigen Touch irgendwie. Ich mag es sehr und habe diesmal, ich habe es woanders gesehen, mir fällt es leider wieder nicht ein, ich würde total gerne Credits geben. Falls ich es noch finde, verlinke ich es unten. Ich glaube, ich habe es bei TikTok gesehen und mache diesmal ein paar Streifen. Das heißt, diesmal zu Raisin kann ich sagen, das Ganze ist nicht wie beim Epoxidharz, was ich nutze, 1 zu 1, sondern dort wird, so ich lese es mal ab, 1 zu 3,5. Das heißt, ein Teil Wasser und 3,5 Teile Pulver. Und da muss man immer, also ich zumindest mein Köpfchen so ein bisschen anstrengen, damit ich halt auch richtig mische, weil ich so verwöhnt bin vom Epoxidharz. Und ja, diesmal sind es diese zwei Schalen, die ich gerne machen möchte. Und habe jetzt nur so einen ganz kleinen Teil davon angemischt. Habe dafür auch das Grün genommen. Ich mag die Pulver übrigens sehr gerne. Ich finde, die, erstens ist es eine schöne Größe, man braucht nicht ganz so sparsam damit umgehen, weil man es ja hat. Und genau, und dementsprechend rühre ich es jetzt erstmal an. Und dann gehe ich da mit dem Spate so auch drüber und lass das so rübergleiten als Streifen. Ich glaube, ihr werdet es gleich sehen. Ich kann es ganz schwer erklären, was ich da mache. Und aber trotzdem eine relativ schöne Art, das Ganze zu machen. Hier habe ich übrigens gemerkt gehabt, dass das Ganze noch nicht ganz so schön gepasst hat und dementsprechend muss ich jetzt noch mal nachrühren. Wie gesagt, ich finde es immer nicht ganz so leicht. Das liegt aber wirklich daran, weil ich so unglaublich verwöhnt bin mit dem ganzen Epoxidharz, weil es 1 zu 1 viel, viel schöner und leichter ist. Ja, und hier seht ihr, was ich meine mit diesem drübergleiten, um diese Streifen zu machen. Und dann wird das Ganze dementsprechend getrocknet, was relativ schnell geht. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde oder so gewartet, war jetzt also nicht lang. Und dadurch passte das ganz gut. Ihr seht schon, im Gegensatz zum Epoxidharz trage ich hier keine Handschuhe. Handschuhe kann man tragen, weil es natürlich auch so ein bisschen die Hände vielleicht austrocknet, wenn man es halt mehr an den Händen hat. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber wie gesagt, man kann es machen oder wenn man nicht will, dass die schmutzig werden oder was auch immer. Man hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Pflaster am Finger und man will nicht, dass das abgeht und und und. Also dementsprechend, ja. Und von dem Rest vom Resin habe ich dann noch so eine kleine Form gemacht. Und wer mich schon ein bisschen verfolgt in den ganzen Videos, der weiß, ich mache gerade so mit vielen Resten und allem drum und dran, mache ich halt so ein bisschen kleine Formen. Hier nochmal das schöne Moin. Ich bin ja so ein bisschen Ostsee geschädigt, sage ich jetzt mal. Ich liebe es an der Ostsee. Ich mag es unglaublich sehr dort und ich glaube, hätte ich eine Chance, würde ich sofort dorthin ziehen. Und aber so bleibe ich hier in der Großstadt in Berlin und ja. Aber wie gesagt, hier habe ich jetzt eben dann daraus nochmal die Formen gegossen und freue mich da eigentlich auch drüber, über das Ergebnis, was dann rausgekommen ist. Das ist selbstverständlich alles mit hier im Video drin. Und genau. Aber ansonsten zu Resin kann man noch sagen, dass das halt eine sehr angenehme Art ist. Man kann damit auch sehr gut mit Kindern arbeiten. Ich habe jetzt keine Altersbeschränkung gefunden. Ich selber würde es wahrscheinlich vielleicht ab 8, wenn man dabei steht. Ist aber nur eine gefühlsbedingte, ist auch immer kindabhängig ein Stück weit. Wie gut ist es schon? Wie viel nimmt das Kind noch selber in den Mund? Ich würde es jetzt nicht zulassen, dass jetzt das Kind das Ganze in den Mund nimmt. Und aber ich glaube, jeder kennt da sein Kind selbstverständlich und ist im Gegensatz zum Epoxidharz auch für Kinder geeignet. Aus meiner Sicht. Das sage ich. Und ja. Und jetzt habe ich es dann trocknen lassen und dann habe ich wieder neu angemischt. Und wie gesagt, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer. Und diesmal wollte ich es dann mit zwei Farben machen. Ich bin mir nicht komplett sicher. Also es gab so ein bisschen. Nee, ich erzähle es euch dann, wenn ich soweit bin. Genau. Also ich habe es jetzt einfach nochmal neu angerührt. Eine etwas größere Masse aufgrund dessen, weil das halt dann dementsprechend natürlich für die zwei Formen reichen musste. Ich wollte das in zwei unterschiedlichen Farben machen. Und ja. Während ich hier mische und ihr mich dabei begleiten dürft. Übrigens ist meine Waage gerade gefühlt ständig ausgegangen. Entweder ist die wirklich jetzt langsam kaputt. Oder die Batterie war wirklich alle. Ich musste die Batterie auch austauschen. Ich weiß es nicht. Ich vermute ja einfach mal, dass das nicht ganz so schön funktioniert hat. Genau. Hier rühre ich das Ganze zusammen. Und habe mir dann, weil meine Waage glaube ich so ein bisschen defekt ist, dann auch noch die Küchenwaage geholt. Weil ich weiß nicht. Meine Waage spinnt da gerade so ein bisschen und ist so ein bisschen hm. Aber gut. Die Küchenwaage hat es jetzt auch gerettet so ein bisschen, dass ich da eben weitermachen konnte, weil ich es gerne machen wollte. Ansonsten hätte ich nämlich keine Waage mehr gehabt. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich stattdessen irgendwann mache. Ob ich mir eine neue kleine Waage hole oder nicht. Und ja. Während ich jetzt hier mische, so ein bisschen, da sind vielleicht so der ein oder andere noch mal ein bisschen genervt, wenn ich es immer wieder mal sage. Aber wenn ihr Fragen habt oder ihr euch tatsache sehr gerne in den Kommentaren und ich versuche euch die Zeit noch zu beantworten. Oder halt, wenn ihr Ideen habt, was ich gerne mal ausprobieren soll, schreibt mir die auch gerne rein. Ich probiere es gerne aus. Versucht da einfach mein Glück, ob das wirklich so leicht ist manchmal. Es gibt ja ganz viele tolle YouTube-Videos, wo ich immer denke, oh ja, das ist so toll, das will ich auch machen. Und dann stelle ich fest, nein, ich kriege es nicht hin. An was auch immer es liegt, ob ich jetzt da einfach grobmotorisch veranlagt bin oder wie auch immer. Oder meine Kreativität halt auch nicht ausreicht. Dann dafür ist das dann leider manchmal nicht gut. Und wo ich dann immer denke, so schade. Und ja. Aber ansonsten hier, ich rühre soweit zusammen. Achtet bitte immer drauf, dass es gut homogen als Masse ist. Also keine Klümpchen mehr drin sind, rührt da ruhig, sehr gut. Oft ist es bei mir immer noch der Fall, dass halt unten immer noch so ein bisschen ist. Aber ansonsten, der gröbste Teil ist bei mir eigentlich immer sehr homogen und funktioniert sehr gut. Und dann teile ich das Ganze in zwei Becher. Das heißt, einmal in Orange und einmal in Gelb. Das heißt, die Formen sollen ja in zwei verschiedenen Farben sein. Und ich mag die Farben, wie gesagt, sehr gerne und wollte eben erst das Grün nehmen, habe mich dann aber ganz schnell umentschieden. Übrigens, falls sich jemand wundert, warum ich das Grün in der Hand hatte. Und genau, also man kann mit den Farben halt unglaublich viel machen. Man hat eine schöne Größe, man braucht nicht geizig sein. Und gerade beim Resin habe ich festgestellt, dass die halt viel Farbe brauchen, damit halt eine bestimmte Färbung halt auch möglich ist. Es gibt mittlerweile viele Farben auch, die sind direkt für so ein Jasmonite. Also das gibt es ja auch. Es gibt ja unterschiedliche Hersteller und ähnliches. Aber dementsprechend ist das jetzt einfach dann... Für mich ist es Resin, Jasmonite habe ich bisher so nicht bestellt bekommen. Das lag aber wirklich dann eben an mir. Und beziehungsweise zum Teil fand ich es halt auch wesentlich teurer. Ich finde Resin 200 schon relativ teuer. Aber ich sage es jetzt relativ, wer bastelt, weiß, dass ganz viele Bastelmaterialien unglaublich teuer geworden sind. Eben auch das Epoxidharz ist sehr teuer. Ich mag so eine Gießmaterialien ja sowieso sehr gerne und finde das halt immer sehr schade, dass man so in der Kreativität dann gebremst wird, weil es halt ganz teuer ist. Und ja, ihr habt schon gesehen, ich klopfe hier so ein bisschen ran. Da werden dann die ganzen Bläschen mit hochgeklopft und auch so ein bisschen geschaut, dass sich das überall gut verteilt. Und das ist halt wichtig. Es ist nicht wie beim Epoxidharz. Es steigt in der Regel nicht von alleine nach oben. Und man kann es nicht mit Wärme wegmachen. Das heißt, es muss mit dem Klopfen passieren, mit dem Stupsen. Und das macht sich wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich da eigentlich immer, wenn ich die fast alle Blasen weg habe. Ich glaube, ich habe noch nie komplett ein Stück jetzt gehabt, was komplett blasenfrei war. Dafür habe ich das Gefühl noch nicht entwickelt und einfach auch noch nicht so viel jetzt dann mitgemacht. Ich mag das Material sehr, aber eben halt noch nicht so extrem, dass ich jetzt extrem viel mitgemacht habe. Weil natürlich, man muss natürlich auch bedenken, man kann nicht immer alles verschicken. Verschenken und allem drum und dran. Wie gesagt, ich mache es als Hobby. Ich verkaufe es nicht, sondern ich verschenke es immer und freue mich, wenn sich dann die Beschenkten auch darüber freuen. Und genau. Und das Ganze wird jetzt aushärten. Und ich habe es circa nach anderthalb, zwei Stunden rausgenommen. Die komplette Durchhärtung oder Trocknung passiert so nach zwei bis acht Tagen. Aber man kann schon nach den zwei Stunden auf jeden Fall das Ganze rausnehmen. Und auch ein Stück weit weiter verarbeiten. Also aber eben halt noch nicht komplett hundertprozentig. Ich lasse es wirklich immer noch liegen. Bei mir bleiben die Sachen eh meistens immer im Moment liegen, weil ich es nur am Wochenende schaffe, das Ganze zu bearbeiten. Und freue mich da dann halt dementsprechend. Und ihr habt auch mein Herzchen gesehen, was ich da jetzt noch rausgeformt habe, weil ich das immer sehr gerne mag. Und ich habe ja ein anderes Projekt geplant und da wird dann so ein bisschen geschaut. Hier habe ich jetzt noch mein Moin und oder wie auch immer. Jeder hat ja so seinen eigenen Stil, das Ganze auszusprechen. Und ich mag es. Ich bin ein Ostsee-Fan und ich mag die Sprache sehr. Ja, und gerade das Plattdeutsch ist halt doch eine sehr spannende Sprache. Während ich jetzt noch informe, sage ich nur dazu, meine Bastel-Videos sind in der Regel um 12 Sonntags online und meine Musikvideos um 16 Uhr. Je nachdem, was ich halt hochlade. Es kann auch mal so später werden, das Musikvideo, wenn ich einen ganzen Auftritt hochlade, weil ich gerade irgendwo gewesen bin. Aber ansonsten wird meistens auf dem Sonntag ein Lied hochgeladen, weil nicht jeder möchte ein ganzes Video über zwei Stunden sich angucken. Ist jeder unterschiedlich und meine Bastel-Videos versuche ich ja auch immer nicht ganz so extrem lang werden zu lassen. Ich glaube, mein längstes war damals mal das Hochzeitsgeschenk für meine Freundin. Und da wollte ich es aber auch für mich so ein bisschen mehr detaillierter mitgefilmt haben. Man hätte es bestimmt auch kürzer machen können. Hier seht ihr schon die Streifen. Die sind echt schön geworden, finde ich. Da ist halt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie man sagt, so ein bisschen was drunter gelaufen, vermute ich jetzt mal. Aber man kriegt das ganz gut ein bisschen gerettet. Und hier ist nicht ganz so viel drunter gelaufen, was ich auch sehr schön finde. Und hat jetzt eben so einen leichten Zebra-Look. Und ihr seht natürlich gleich nochmal das Ergebnis auch nochmal detailliert. Ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter, was jetzt aktuell ist. Für mich ist es aktuell fast genau richtig. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Und dadurch funktioniert das ganz gut. Und es gab jetzt auch schon Tage, wo ich dachte, das ist mir zu warm. Aber okay, das soll so sein. Und dementsprechend, ja. Jetzt kommt, wie gesagt, gleich nochmal so ein Ergebnis. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Und bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020